Komm, Cash, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Ja, ich weiß, du bist noch müde und so, aber heute ist der Tag der Tage. Wovon geht's heute? Richtig! Guck mal, wir müssen jetzt los. Ihr könnt jetzt entscheiden, wollt ihr jetzt mit der Bahn fahren oder mit Auto, weil Mama ist mit unserem Auto weg. Mama kann leider nicht mitkommen. Sollen wir mit der Bahn fahren? Wenn wir mit der Bahn fahren wollen, Mama hat geguckt, dann müssen wir so um 8.23 Uhr oder so los. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, was auch immer, egal wann ihr das Video reinzieht. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute fahren wir in den Hansa-Park. Ich freue mich so doll drauf, Leute. Cain freut sich auch drauf. Alle werden dabei sein. Tyrese wird dabei sein, meine ganze Familie wird wieder dabei sein. Wir werden die gleich treffen. Wir müssen gleich losfahren. Daisy kann leider nicht dabei sein, sie arbeitet. Aber nichtsdestotrotz werden wir hier das alles aufnehmen und sie wird später alles sehen, was wir gemacht haben. Ich freue mich unnormal mit meinen Kids jetzt in den Hansa-Park zu gehen. Ich kann nur sagen, Leute, bleibt dran, Daumen nach oben. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, abonnieren, Glocke aktivieren und es werde ein Teil von The Fresh Family, Leute. Kann ich nur sagen, ansonsten, Leute, bis gleich. Peace. Guck mal, wie süß Mama Daisy ist. Daisy, nur kurz auf deine Stirn. Sie hat alles bereitgelegt. Ich ziehe gleich die Kids an. Und guck mal, hier die Tasche zu nice, oder? Sag mal ehrlich. Wir sind jetzt fertig, wir sind gerade im Stress. Ja, hallo? Okay. Hallo? Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg. Wir nehmen die Bahn gleich. Oh mein Gott. 28, das Treff kommt da, ne? 28 Uhr? Nein, 9 Uhr fällt die Bahn erst. Ja, okay, Bruder, ich fahre jetzt los und nehme jetzt die Bahn, Bruder. Bis gleich, ciao. Danke, ciao. Ich komme. Tina, ja, ich helfe dir sofort. Komm, Shay, okay, bist du fertig? Ja, ich möchte erst. Boah, super. Hast du deinen Rucksack? Ja. Super, super, super. Komm, wir gehen jetzt. Komm, wir müssen dich ja los, Leute. Wir müssen die Bahn kriegen. Wir müssen die Bahn kriegen. Komm, setz dich rein. Geh um, geh um, geh. Fahr schon los, geh schon rein. Sehr schön. Tina, sitzt du? Heute mal nicht mit Auto unterwegs, sondern die Kinder waren unterwegs, ne? Sehr schön, okay. So, Leute. Boah, das ist so stressig, ne? Ohne Spaß. Mal gucken, wie viel Zeit nach Abend. 14 Uhr nach. Oh, zum Glück. Genau, okay, stell dir deine Schwester an. Du bist ein guter, großer Bruder. Okay, freust du dich? Ja. Ich freue mich auch. Oh, Leute, wir sehen uns gleich, wenn ihr am Bahnhof sind. Aber ich kann es nicht, Tina, es wird so groß. Ja, ich mache das gleich. Hey, du bist so süß, ne? Erstmal hast du Stress gemacht und jetzt auch einmal bist du voll motiviert, ne? Okay. Hallo, Big Mom. Wow. Okay, wie ist das für dich jetzt mit der Bahn fahren? Ist das spannend? Wie ist das für dich mit der Bahn fahren? Ja. Schön? Was ist schön alles, was du fahren möchtest? Karafell, Karafell und saugeln und rutschen und äh... Achterbahn? Achterbahn. Nein, Achterbahn darfst du, glaube ich, noch gar nicht gehen. Und da sieht man gar nichts, ne? Nur Corue. Nur kleine. Ne, was siehst du da? Ja, grüßchen. Draußen, ne? Und... Und... Hier we go. Wie warst du dich die Bahn? Gut. Gut? Okay, komm mit, ich glaube, wir müssen hier längs. Da. Hey, lass mein Zoom. Oh, warum lassst du, Bruder? Bruder, ich nenne den Video. Ja, okay, du komm. Was geht, Bro? Kima! Oh, was geht's nirgends? Hey... Alles gut? Seid ihr ready? Ich hab nichts vergessen, ne? Ich war die ganze Zeit in der Bahn ohne Maske. Ja, ich auch. Ist schlimm? Nein, Digga. Also schon, aber nein. Ey, was jetzt mit Fahrtart, Juni? Wollen wir schwarz fahren oder was? Katja, wie heißt das heute? Das runter. Wo ist Kevin? Die kommen mal wieder zu spät. Wir sind ohne die gefahren. Wow. Besser, mit dem sind die alles unterwegs. Captain Johannes und deine ganze Farm kommen. Wo kommst du nicht mit? Bist jetzt doch dabei, ne? Ja, süß. Was ist denn? Nein, 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 nein. Bist du mit Oma gekommen? Hi, Terry, wie geht's dir? Komm mal. Lolly, lecker, 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 lecker. Kate ist doch müde. Ne? Okay, aber eigentlich Hand vor Mund, ne? Warum? Ja. Weißt du nicht? Ja, aber bloß zu, oder? Ich bin auch müde. Bist du auch müde? Ja. Ich hab ein bisschen... Ich schnaufe. Hahaha. Ich schnaufe. Komm mal, ich schnaufe. Waaah. Na. Katz. Katz. Mama. Da klingt immer so auf die ich freu ich mich. Jaaaa. Was gibt es denn Bruder? Ja. Aber ... ja? Wie geht's dir? Hier, Kabel. Wie geht's dir? Ja, Anna. Boah, jetzt ist ein lecker, rein G WOODRUFF. Ich bin so aber ruhig, dann hast du noch mal recht. Was? Ja, ich bin aber... Mufuja, Mufuja. Freust dich? Ja. Freust dich? Ja. Weißt du, wohin es geht? Ui, Fahrstuhl. Jetzt müssen wir in die Bahn. Und wen haben wir hier getroffen? Charles, Charles, get up. Nee, wie, nix mehr, du sollst in die Kamera schauen. Ey, kriegen wir die Bahn noch? Warte mal, schnell rein. Danke, Charles. So, 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 jetzt sind wir in der Bahn. Wir fahren so eine halbe Stunde und dann sind wir da. Die Aufregung steigt. Ich sehe, es sind sehr, sehr viele am Start. Nicht nur Leute aus spanischem Foto, sondern auch aus Burgen, Mama. Burgwedel, ne? Ja, genau, aus Burgwedel. Also, wir sind sehr, sehr groß heute. Ich habe ein paar angetroffen auf jeden Fall. Und wir freuen uns. Wie gesagt, Fahrt dauert eine halbe Stunde. Mein Bro ist direkt hier. Caden ist zum Glück bei Tante Claudia und mit Tyrese und Co. Die Bahn ist todesvoll. Wir mussten auf jeden Fall hier in Lübeck umsteigen. Und jetzt geht es weiter. Hey. Machst du zu? Nein, das ist okay. Hier oben. Hier oben. Hier oben. Und schieß. Machst du mal fest. Warte mal. Juppa. Okay. Hier, da, da. Ich glaube da, oder? Dann sind die anderen jetzt. Oh, es ist links. Wo gehst du rauf, Slims? Du kannst deine Maske ruhig abnehmen, Bruder. Maske ist vorbei. Mal gucken, wo man raufkommt. Mein Niggas. Caden, wo warst du denn? Und wo kommst du denn? Caden, bist du aufgeregt? Hast du geschlafen? Wir gehen weiter jetzt. Ja, ja, wir gehen jetzt. Komm, wir gehen weiter jetzt. Komm, los. Okay, halt dich genau hier fest. Okay. Halt dich genau hier fest. Rucksack! Wo ist dein Rucksack? Ein Rucksack. Wie ist das, bist du? Caden, du bist der Held. Zeig mal, die Tasche. Super, Caden's Tasche, super wichtig. Zeig mal, vorne. Das ist Caden. Kennst du Feuerwehrmann Sam? Ja. So Leute, jetzt sind wir angekommen hier. Heute ist sehr, sehr viel los. Ich freue mich, mit dem Kinderwagen unterwegs zu sein. Da steht mir irgendwie, oder? Sag mal ehrlich. Guck mal in die Kamera, sag mal Hallo. Genau, Leute, ich werde heute den Tag bisschen vloggen. Dann werden wir das Daisy später zeigen, weil sie ist ja nicht mitgekommen. Versuch so gut wie möglich alles aufzunehmen. Aber es auch fing für mich zu sehen, wie Caden reagiert und Kenaya. Und ich würde das auf jeden Fall alles für euch aufnehmen, ja? Bleibt auf jeden Fall dran, das wird sich lohnen. Hier ist die Crew. Und wo ist Kenley? Er ist da vorne mit deinem Sohn, Digga. Hä? Er ist da vorne. Wie redest du? Wie mit deinem Sohn? Du bist nicht Onkel? Ja. Einfach sagen, er ist da vorne mit Caden. Dankeschön. Willst du dich rein? Ja. Syna. Willst du auch rein? Sitzt du jetzt gut? Ja. Ja. Okay, super. Wir sind ja eh da jetzt da. Wo ist Caden? Boah, guck mal da, guck mal da rauf, guck mal. Ey Cam, guck mal da rauf, guck mal. Boah, das ist krass. Gehst du da rauf? Simms, gehst du da rauf? Boah, was ist das für die Spiele hier? Gehst du da rauf? Doch, das war schon da. Nein, das war damals schon. Doch, war immer da. Charles, gehst du rauf? Ja. Gehst du da rauf? Okay. Na halt. Ey, du gehst da rauf. Werner, gehst du auch da rauf? Sicher? Ich nehm das auf. Na, Jungs, tappen sie auf Kamera, ne? Oder sie trauen auf Kamera. Guck mal da oben, ne? Ey, Berner, wenn ich gerade so gucke, ich hab gar keine Lust, ne? Na, ich auch nicht. Hast du da Lust? Doch, eigentlich schon. Wo ist Kay? Huma, geh her. Ich bin einfach da. Meine Mama ist auch dabei. Oma, ich dachte, du kommst nicht. Warum bist du doch gekommen? Ey, du kommst hier. Rullakusa. Du machst gar nichts, Rullakusa. Meine Mama mag gar nichts. Ich spiele hier. Du bist hier, du bist hier. Mann, du machst gar nichts heute, ne? Okay, ich versche hier deinen Rucksack. Bitteschön. Was sagt man? Ah, merkt dein Wasser. Komm, ich trinke. Du hast hier einen Fan. Hallo. 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 Ja, hier. Hallo. Hey, ist deine Schwester? Werner hat die Schwester. Ja? Ja. Oh, süß. Kannst du ein Foto machen? Ja? Komm, wir machen ein Foto. Ja, natürlich machen wir ein Foto. Ihr seid mit. Ihr könnt ja Hi sagen. Hallo. Hi. Freut ihr euch? Ja. Wo geht ihr überall drauf? Wart ihr schon mal hier in Hansapark? Ja, ich war einmal hier. Ich noch nicht. Für noch nicht? Das ist das erste Mal für dich. Bist du aufgeregt? Ja. Ja? Ja? Ja. 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 Das kommt auf YouTube. Ich bin meine Eltern, wenn das auf jeden Fall an. Guckt euch das an, ja? Cain, Cain ist das dein Crush? Was möchtest du, Heavenly? Liebst du Cain? Ja. 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 Okay, keine Antwort. Cain, liebst du Heavenly? Hä? Ja. Liebst du Heavenly? Heavenly, liebst du Cain? Haha. Okay, dann haltet mal Hände und geht mal jetzt euer Weg. Haltet mal Hände. Ich möchte auf die Achterbahn. Ja doch, ihr geht zu zweit auf die Achterbahn oder nicht? Wo? Nein, das ist keine Achterbahn. Ey, was ist denn das? Kinder, unter 6 Jahren dürfen die Treu-Spielplätze nur in den kleinen Erwachsenen. Was ist denn da? Hallo. Heavenly kommt, ihr sollt euch nicht verlaufen. Hey, wohin geht's hier? Was ist das denn hier? Hey! Ich trau mich da nicht mal rein. Einmal komplett rum, hier. Hier auch? Hey! Ich hab euch gesehen! Hallo! Hallo! Ey, das macht ja richtig Spaß, ne? Hey, was geht ab, Jungs? Seid ihr auch aus Spanischer Furt? Ja, Spanischer Furt. Spanischer Furt, die Crew. Freut ihr euch? Wo geht ihr überall rauf? Sag mal schnell! Achterbahn! Achterbahn, Wasserbahn. Freut ihr euch? Ja, ich war auch letztens. Na, zeigt mir richtig, dass ihr euch freut. Ja! Juhu! Caden, komm, springst du von da runter? Schaffst du das? Okay, komm, pass auf, ne? Drei, zwei, eins. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Du auch? Eins, zwei! Okay, komm, wir gehen jetzt. Komm, Kay. Wieso hörst du auf einmal nicht, wenn du mit Heavenly bist? Immer wenn Kayden mit Heavenly ist, hört der nie auf mich. Wieso? Du möchtest immer Heavenly zeigen, wie cool du bist, ne? Ja, ja. Ja, ja. Tosch, komm! Tosch, komm! Hilf die Kopf! Komm! Ey, geht ihr jetzt da rein? Ja. Ey, ich hab Angst, dass ihr nicht mehr rauskommt. Na, hallo. Tyrese! 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 Geht ihr jetzt da rein? Ey, was ist denn da los? Ich hab gar nichts so! Oh, ich hab Angst! Komm, komm, komm! Ich hab keine Angst! Komm! Freut ihr euch? Zeig mir, dass ihr euch freut! Yeah! Okay, komm, sprich mal runter! Oha, Kayden, was ist los mit dir? Komm, Kayden, steh auf! Tyrese, schaust du das? Der Hafen ist so drin, ist so gut! Ich hab keine Angst mehr! Komm, Tyrese, sprich runter! Super! Kayden, du bist jetzt! Los, wir gehen jetzt los! Komm, schnell! Knäuer runter, wir gehen jetzt! Wir gehen jetzt wüsst nicht auf euer Karussell und so! Ja, komm, spring! Ihr müsst genau immer bei uns bleiben! Ihr dürft nicht abhauen, okay? Tyrese, Kayden, habt ihr verstanden? Hier sind die Karten, ne? Tyrese, Kayden, guck mal hier, habt ihr verstanden? Ja! Immer hier bleiben, ja? Immer bei mir bleiben oder bei Tante Claudia, ja? Ja! Nie alleine weggehen! Okay? Nein! Wir müssen da rein! Wenn wir da reingehen, guck mal, da ist schon Karussell und so! Seid ihr jetzt ready? Ja! Und jetzt ready? Ja! Freust du dich? Ey! Freust du dich? Hurra! Ja! Das ist Aua! Das ist Aua! Alles gut! Komm, ich puste dann, ist weg, ja? Ist weg? Nein! Oh, ist es jetzt das Datum? Ey, das ist das Datum, Kay! Heute ist der 14. Guck mal, die haben das Datum einfach hingeschrieben! Okay, dann wollen wir jetzt los? Ja! Ja! Komm, lass jetzt los! Ey, Jungs! Ihr guckt jetzt auf diese Karte, ne? Ja! Weißt du, ob was da abgeht? Ja! 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 Ey! Hallo! Wo gehen wir jetzt hin? Zur Achterbahn! Zur Achterbahn? Ihr dürft doch gar nicht rauf! Ihr seid zu jung! Tari ist auch zur Achterbahn? Nein! Ich hab Angst! Haha! Das ist so geil! Lass sie noch! Ey! Achterbahn? Nein! Ey! Okay, was denn? Die machen sogar eine Looping-Gruppe! Looping, ne? Ja, guck mal da! Kinaya, du bleibst hier! Kinaya, dein Ernst? Ausdrehen! Ausdrehen! Ja, Ausdrehen! Aber nicht mit deinem Fuß da rein! Der Geld ist drin! Was ist das? Der Geld ist in der Schwester drin! Ja? Weil Geld gold ist! Ja, okay, okay! Das ist noch ein Geld! Das sieht auch voll schön aus, ne? Das ist einfach ein Schiff! Park? Komm mit! Komm mit! Also ja, okay! Komm mit! Ja, okay, ich komm später mit! Respektier mich! Ich komm später mit! Guck mal gleich! Sieht auch voll geil aus, ja? Aber wir gehen weiter! Auch Papa ist eine larme Schnecke! Wieso das denn? Weil du allahmsam bist! Oha! So machst du? Ich glaub, ihr dürft gerade auf diese Gleise, ey! Okay, sag mal hi! 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 So Leute, ich bin jetzt gerade hier am warten! Hier bei der Wasserrutsche! Caden, Tyrese, Tante Claudia! Wir sind gerade am Start, wollen rutschen! Guck mal hier, wie geil! Guck mal! Guck mal! Das macht doch Spaß! Und ich muss wirklich sagen, ich dachte, ein bisschen Freizeit für mich, aber sieht nicht so danach aus. Wäre Daisy dabei wäre jetzt wiederum was anderes, dann könnte ich mit Caden ab und zu ein paar Sachen machen! Oh, Caden! Oh, Caden! Wow! Ihr müsst da nochmal rauf! Caden, ich hab dich da auch gar nicht gesehen! Caden, du hättest ein Signal geben müssen von da oben! Mano! Ey, Caden, Heavenly! Caden und Heavenly! Komm mal her kurz! Hallo Heavenly, Caden, komm her! Jetzt gucken wir, wohin wir gehen, ne? Hey, Caden, hattest du Spaß? Ja! Wieso warst du nicht vorne? Eigentlich müsstest du noch vorne sitzen, Caden. Du warst aber hinten! Caden war hinten! Oh, Lokführerin! Du, du, du! Du, du! Du, du! Kina, komm, weiter geht's! Komm! Komm, Kina, weiter geht's! Das ist ja Sauwasser! Wasser! Kina, was meinst du? Wasser! Ja, Wasser! Komm mit! Wow! Ich muss wirklich sagen, die haben echt geile Geräte hier, ne? So, was geht ab, Fresh Boy? Was geht's? Von wozu bist du nochmal? Was essen! Was essen? Ja! Du siehst auch ein bisschen wie Caden, Digga! Ich bin auch Asian, ne? Ja? Aus Indonesien auch! Aus Kamerun! Indonesien und Kamerun! Fresh Boy, wie heißt du? Valiens! 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 Ja! Alter, du siehst auch richtig, du erinnerst mich genau an Caden! Und du, wie heißt du, mein Bruder? Cameron, auch aus Essen! Ja? Woher kommst du her? Ich bin halb Kameruner, halb Deutscher! Oh, Kamerun, halb Deutsch! Fresh Jungs, egal! Nice to meet you guys, man! Nice to meet you guys! Fresh Jungs auf jeden Fall! Da ist Caden, vielleicht könnt ihr euch später gleich mit Caden entspannt ein Bild machen! Caden, wink mal! Caden, wink mal gleich zu! Caden! 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 Erzähl mal ein bisschen, wie war es für dich da oben? Gut! Heavenly, wie war es für dich oben? Was dachtest du? Nomi war ein Angsthase! Du bist ein Angsthase, oder? Nein, ich war nicht! Du hattest Angst, oder? Ich habe mich gut weggehalten! Du hattest Angst, oder? Du hattest aber Angst, oder? Ich habe mich gut weggehalten! Hast du? Ja! Komm, es geht weiter, Caden! Es sind noch so viele Sachen da! Wow! Okay, Therese, Therese! Geht ihr jetzt da rein? Ja! Super! Und mit meiner Mama auch! Ja! Das ist schön! Hallo! Hallo! So Leute, jetzt bin ich kurz zurückgekommen. Oma hat die Kids was zu essen geholt. Ja, ich habe Oma kurz alleine gelassen mit Swina und Kinaya. Oh, Kinaya! Lecker! Mh! Oh! Zu süß, dass du immer teilen möchtest! Mh! Mh! Barbecue! Lecker! Das ist Barbecue, ne? Ja, guck mal, wo das ist! Was denn? Hm, Swina schläft! Wir müssen gucken, was wir jetzt noch gleich machen können, ja? Für Kinder! Nein! Oma Pommes, genau! Kostet 13 Euro, ne? Was redest du? Ich schwör, 30 Euro hat sie gezahlt! Hör mal auf! Für eine Pommes! Ja, für eine Pommes! Glaub mir! 13 Euro! Hansa Pack hat gar keines drin! Ich schwör! 13 Euro, du hast schon richtig gehört! Aber ich muss wirklich sagen, die Chicken Nuggets und so, richtig groß! Guck einfach! Wird Nuggets? Ja, ja, guck mal, die sind richtig stabil groß! Wie wir jetzt alle hier mitessen! Hallo! Oh, lecker! Kies! Kies! Hallo! Kies! Guten Appetit! Guck mal, alle hier am Greifen hier! Guck mal, hm, lecker! Oma, du hast mal gar nichts mehr gleich, ne? Tobi, du hast gleich gar nichts mehr, Oma! Sollen wir noch mal neukaufen? Oh, das sieht doch schön aus! Kenn ich da auch? Wollt ihr auch da rauf, gell? Ja! Oh, da rauf! Ja! Das sieht auch schön aus, ne? Das geht auch hoch und dann so und dann so! Rauchst du dich da rauf? Ja! Ich bin gespannt! Rauchst du dich da rauf? Rauchst du dich da rauf? Kina? Ich glaube, da kannst du rein! Da kannst du, glaube ich, rein! Aber hier nicht! Guck mal her! Wenn das da oben feststeckt, sind sie da oben alleine! Wenn das stecken bleibt, meinst du? Aber das bleibt nicht stecken! Guck mal hier, wie das jetzt runterkommt! Wow! Okay, jetzt seid ihr jetzt dran, ne? Nein, ich glaube nicht! Erstmal musst du das hier steuern! Oh, danach! Kina, du darfst auch rauf! Ich freue mich! Hey, Evelyn, geh in die Mitte! Besser! Sie müssen bitte einmal hier rein! Und du müsstest denn? Du müsstest bitte hier drüben! Mach das gleich zu! Okay, super! Das sieht doch schon mal gut aus! Wow, Tyrese, ich freue mich! Okay, los geht's! Ich möchte eure Hände so hoch sehen gleich, wenn ihr oben seid! Genau so! Und, 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 und... Und, 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 und... Oh, oh. So weit, ohne gestor. Oh, oh. Okay, ja, excuse. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh war gut wir wollen doch woanders hin darüber und raus mit euch geht ihr eigentlich jetzt darüber ist doch voll gefährlich muss doch doch man muss schon aufpassen oder komm mit schaffst du das was auch nicht im wasser treten okay das wird jetzt spannend ich bin auch dabei aber china sitzen bleiben und bitte nicht die hände ins wasser machen und so nicht dazwischen machen setzen bleiben genau okay nicht bewegen sitzen bleiben einfach zufrieden weißt du nicht genau so ja oh es geht los sitzen bleiben nicht bewegen nicht bewegen hier kommen die kamera wow das gefällt mir oma tschüss tschüss Wah wow tschüss 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 wetала tschüss Ngustrick Ärger 4 ist ergeworfen was du sowas брат zu Bigger 4 Neumatrick nach'. Nachstellung Bist du nass geworden? Nein. Okay, warte, ich lasse euch raus. Stopp mal. Ich steh auf und dann lasse ich euch raus. Stopp. Nee, Papa, ich kann es. Stopp, ich mach es. Bist du nass geworden? Pass auf. Bist du nass geworden, Kina? Ich bin nass geworden. Komm, schnell. Bist du nass geworden? Wo müssen wir jetzt raus? Da, ne? Komm, da. Aber langsam, langsam. Kina, nein. Komm, langsam. Da raus. Nimm alle mit, ne? Ja, alle. Ja, nicht, dass wir verloren gehen. Das ist das. Ciao, ciao. Stopp mal, Kina, ihr möchtet mitkommen. Kino, Kino, Kino. Wo? Komm her, Kina, komm mit. Los, los, hoch. Geh hoch. Tabis, du auch? Komm mit. Aufpassen, Kina, ne? Wo wollt ihr jetzt Kino schießen? Kino, nach oben. Okay, komm mal bitte hoch. Wir gehen wieder zurück. Tabis, komm wieder hoch. Beste Kino. Hey, Heavily. Das ist nicht zu hoch. Komm, Kay. Wie schnell schaffst du es? Komm, wie schnell. Komm, Kay, wie schnell. Super. Superschnell. Komm, wir gehen jetzt. Ich habe es in den Stehen gestoppt. Okay, komm, ich gehe jetzt wieder rüber. Es ist hier voll langweilig. Wir wollen jetzt in die Kinderachterbahn auf. Kinderachterbahn, wirklich die Kinderachterbahn. Langsam, langsam, langsam. So, Leute, jetzt sind wir hier. Handy muss man jetzt benutzen, weil mein Akku ist leer. So, Oma möchte jetzt einmal rauf gleich mit den Kids. Sie möchte eine Erinnerung haben. Und Kinaja ist am schlafen. Wir haben alle nochmal gegessen. Kinaja ist schön am schlafen. Sie ist hingefallen. Sie hat sich verletzt. Guck mal hier. Aua, aua, aua. Sie hatte da schon eine Wunde, aber ist nochmal aufgegangen. Und dann hat sie geweint. Und dann ist sie mittendrin eingeschlafen. Und so sieht es aus. So, die Kids gehen jetzt mit Oma noch einmal, bevor wir weitergehen. Oma meinte so, oh, mach mal jetzt mal ein Video von mir und die Kids. Ich möchte eine Erinnerung haben. Und jetzt ist es soweit. Oh, das sieht doch schön aus. Guck mal, mit Oma jetzt am Start. Ne, Erinnerungen für Oma. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Guck mal, Mama an. Oma. Guck mal, Oma an. Guck mal. Mama, wenn du jetzt schon hier so machst, dann geh mal bei den Großen rein. Dann kriegst du dein Herz zerfacken. Oma freut sich. Oh, meine Mama am Grinsen. Das ist so schön zu sehen. Jetzt sind wir mal ein bisschen weitergegangen. Jetzt sind wir hier. Hüftberge. Auf ganz entspannt. Mama, kannst du hier auf die Nähe aufpassen? Ich gehe kurz rein. Ja, Mama, ich weiß. Mama, kurz aufpassen. Wie gefällt dir das hier? Sag mal. Ich bin Messi gefahren. Ja? Nicht Messi. Nein, nicht Messi. 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 Diese Achterbahn. Ich war fünfmal noch oder so. Kein Problem. Ich war fünfmal noch. Kein Problem. Wo warst du alles drin? Das ist die hier. Das, ne? Oh mein Gott. Ich habe so Bock. Oh, da denkt mal noch. Ich habe auch Bock drauf zu gehen. Wir sind schon in der Schlange. Kann man mit dem Handy aufnehmen? Wir müssen so rumgehen. Kann man mit dem Handy aufnehmen? Nein, nein. Wo geht ihr jetzt rein? Was? Wo geht ihr jetzt rein? Hey, wie ist denn der Name? Kernan. 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 Ich habe eigentlich Bock, ne? Ich habe auch richtig Bock drauf. Willst du rausgucken? Ja. Hey, Tyrese. Komm, schau mal jetzt. Was hast du drauf? Komm, hier. Oh, 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 Tyrese, Tyrese. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Komm, geht jetzt hoch, guck mal, Tairis geht auch hoch, guck mal, ja, weil dann eure Füße vorm Sand, deswegen kommt die nicht hoch. Und Hände, Hände nach vorne, Hände, guck, hast du es doch geschafft. Was war denn daran so schwer? Guck, du hast es geschafft. Was war denn da? Guck, du hast es geschafft. Guck, du hast es geschafft. Guck, du hast es geschafft. Wow, und so sieht's aus. Also Keane hat ein bisschen Kopfschmerzen, meinte er. Deswegen habe ich ihn hier hingelegt, er kann ein bisschen schlafen. Kinaya ist schon am Pennen die ganze Zeit. Guck mal, da oben ist es für Kinder. So, jetzt ist Kinaya wach und Caden ist aber jetzt am schlafen. Kinaya, hast du gut geschlafen? Guck mal, hier deine Crew. Tyrese, bist du auch müde? Boah, guck mal, das sieht echt gut aus, ne? Ach, Kamanda. Hey Willi, bist du müde? Ich hab Angst. Hast du Angst? Ja. Brauchst du nicht haben. Machst du eine Lupe? Ja, dann machst du eine Lupe. Kinaya, was meinst du? So Yvette, wo warst du denn heute drauf? Ich war nirgendwo drauf, nur Kinder-Sachen. Wieso warst du nirgendwo drauf? Weil ich trau mich das nicht. Da musst du mich so demütigen. Ich demütige dich nicht, aber du musst doch... Mach mal ehrlich die Kamera aus. Nein, 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 ich lass die Kamera an, weil ich hab schon heute gevloggt, jeder meinte so, ich geh da und da rein und Yvette, sie chill einfach hier. Ich bin bei den Kindern. Achso, ja, stimmt. Das ist eine gute Ausrede, siehst du bei den Kids, ehrlich, guck mal, sie hat jetzt, guck mal, sie muss auf 1, 2, 3, 4, 5 Kinder aufpassen. Hallo da noch, Hermann. Ne, 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 okay, pass ich schon auf. Hey. So, und wo warst du denn drauf, mein Bester? Ich weiß nicht, wie die Farbteis sind. Machst du aber irgendwo drauf? Ja. Macht dir Spaß, Hansa Pan? Ja. Wo warst du drauf? Äh, ich weiß auch nicht den Namen, aber... Oh, ich glaub, da ist Kevin drauf. Ich glaub, da ist Kevin. Warte mal. Ich glaub, da war Kevin, ne, ne? Kenly, guck mal, Kenly und so alle. Und du, Kina? Hat das viel Spaß? Komm, geh mal rauf, zeig mal Papa. Komm, geh mal. Komm, geh mal rauf. Komm, geh mal rauf. Komm, los. Komm, Kina. Und los. Komm hoch. Komm, kämpf. Komm, du schaffst das, komm. Komm, Kina. Los. Komm, Kina, kämpf, kämpf, meine Prinzessin, du schaffst das. Komm hoch. Schaffst du nicht? Egal. Schade. Papa kann dir aber auch nicht helfen, weil ich hab meine Schuhe an. Also eine Frage, wieso habt ihr so rumgeschrien eigentlich? Keine, ich hab nicht geschrien. Doch, ihr habt alle geschrien. Ich hab Leilas Haare gesehen. Leilas Haare so geflogen, ne? Ich hab grad mein Bild angeguckt. Und ja, ich se, Kevin, Kevin ist so am Schreiben. Doch, du hast auch geschrien. Ich hab gesehen, Johannes war so. Johannes. Ey, Johannes, wie war dein Gesicht aus wie so? Wir haben gesehen, hau zu lügen. Wir haben genau gesehen. Du, du hast geweint. Wir haben nicht geweint. Du hast geweint. Ich hab gesehen. Ich hab nicht geweint. Ich hab nicht geweint. Nein, 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 du hast geweint. Ich hab genau gesehen. Bruder Mama hört sich auf cool. Ich hab genau gesehen, du weißt nicht. Ich stand hier, ich hab alle gesehen. Ich hab nicht geweint. Du? Du hast auch richtig geschrien. Johannes hat geschrien. Ich hab nicht geschrien. Das war so geil, Digga. Zehn von zehn. Zehn von zehn sagst du? Zehn von zehn. Und du? Du hast auch geschrien, ne? Ich hab nur ge... Alle, alle, alle haben geschrien. Und du hier? Das war heftig. Aber Johannes hat geweint, Mann. Hat geweint, ne? Hat geweint, ne? Nein. Ich hör, ich hab gesehen. Wie war es, Harry? War gut? Aber schnell vorbei, ist er ehrlich? Ja, beruflich ist schlimm. Bruder war krank, Digga. Nein. Aber schnell vorbei, ne? Ja, aber schnell vorbei. War aber ehrlich schlimm. Ich hab irgendwie Bock auch drauf. Und wie war für dich Bernhard? Bernhardinho? War nicht schlimm für mich. War nicht schlimm für mich. War nicht schlimm für mich. Auf jeden Fall bist du normal drauf, ne? Ich komm mit, ich komm mit gleich. Lass ihn jetzt gehen. Tyrese, lass mal Kay ihn schlafen, Mann. Er hat Kopfschmerzen. Johnny. Eigentlich will ich ihn da reinpacken. Glaubst du, er passt da rein? Nein. Meine Haare? Ich weiß nicht. Kevin, du hast geweint. Nein, ich hab nicht geweint. Doch. Ich hab doch von hier gesehen. Ich hab alles gesehen. Ich hab dich geweint. Du hast so geschrien, ne? Ich hab nicht geschrien. Boah. Will er jetzt auf Layla auf cool machen? Layla hat so geschrien. Dein Ernst? Dein Ernst? Wo meint bitte dein Peppers her? Nein. Tina, hol jetzt. Nein. Nein. Hä? Nicht frech werden. Hol jetzt. Aua. Nein. Tina, hol bitte jetzt. Gib her. Tina! Komm sofort jetzt her. Tina, her damit. Du bist doch ein Kasper, ne? Komm her. Komm jetzt. Do you know what time it is? Jetzt Peppers wechseln, okay? Und dann geht's weiter, okay? Ja. Du stinke, stinke Maus. Ja, dann kannst du gleich da weiterspringen. Du musst mir eine stinke, stinke Maus, weißt du das? Stinke, 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 stinke. Ey. Okay. Tina, was machst du da? Okay, ich geh jetzt. Nein. Ja, dann gib das her. Okay, gib das bitte her. Ich wechsle jetzt deinen Peppers und dann geht's weiter. Komm. Dankeschön. Was hast du jetzt bekommen, Tina? Was ist das? Schmeckt das? Ja. Das ist einfach Ufus. Was ist das? Ufus. Ufus? Ja. Was ist das? Ufus. 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 Wir sind alle hier reingegangen. Auf entspannt. Caden pennt immer noch. Ey, wo wollt ihr jetzt noch rauf? Wir gehen Nessi jetzt. Nessi? Ja. Nessi. Ey Claudia, ich geh dann mit dir Nessi, ne? Alles gut, ja mein Schatzi. Also Kay hat immer noch Kopfschmerz. Kay hast du Kopfschmerz, ne? Also Kay geht's gar nicht gut. Er hat geschlafen. Und er ist wach geworden und ist immer noch so angeknackt. Er hat auch sehr viel getrunken, aber er ist immer noch, ne? Er hat keinen Bock. Also was heißt keinen Bock? Ihm geht's einfach nicht gut. Ich kann's verstehen. Und ihr? Ihr seid hier am Essen, ne? Nessi. Ey. Was ist ihr da? Das ist der Altegut. Was ist das? Was ist das, was ihr da ist? Sabina, was isst du da? Es ist lecker. Kriegst du bitte auch? Boah, super. Du teilst. Sehr gut. Kenly ist raufgegangen, ne? Ja. Wer noch? Ja. Scheiß. Boah, ich hätte aber auch Bock einfach mal so rauf zu gehen, ne? Oh, Spaß. Eben. Ich geh nie wieder raus. Warst du schon? Ich geh nie wieder raus. Also du warst schon. Wie war? Ja, schlimm. Und wie warst du, die Dame da? Sie sind auch geweiht. Ja. Weißt du, was das geil ist? Es geht nur einmal nach oben und einmal wieder runter. Auf dem Turm war, wie heißt das? Das ist zweimal. Ich dachte, es ist vorbei, dann ist sie wieder hochgefahren. Das ist noch schlimmer. Das hier ist viel entspannter. Boah, warte mal. Oh, warte, 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 warte. Was fallen die runter? Es ist jetzt aufgehört zu drehen und ich denke, gleich müsste es losgehen. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Wow. Ey, du bist geil. Alter, das ist so geil, ne? Ey, war das geil? Oh, zu geil. Komm mal auf. Ey, fahr sogar nochmal. Nochmal? Wenn du dabei bist? Ey, du hast echt dicke Eier, ne? Wie oft bist du jetzt schon heute raufgegangen? Zwei Mal. Wie oft hast du schon jetzt? Zwei Mal, Bro. Zwei Mal. Und ich soll jetzt auch rauf? Komm, Leute, gehen. Ich weiß nicht, ich hab keine Eier-Jungs, Mann, Digga. Du musst schnackern, Mann. Hör mal auf. Nein, Mann. Oh, soll ich jetzt machen, Digga? Ey. Partner Angel, das war zu geil. Soll ich jetzt echt raufgehen, Digga? Ich hab irgendwie keinen Bock, Digga. Ey, wie war das? Du weißt, die meinte, oh, ich raste dich, ne? Scheiße, Mann. Oh, ich kann nicht mehr. Ey, ey, ich war so lange, ich war so lange nicht mehr. Er trillt die ganze Zeit. Ich dachte, oh, er trillt, aber ich mach mal so. So, Mama, Kenny, Kinaya. Hey, ich geh kurz links in der Nessie oder so, ne? Ja, komm mal. Ja, aber wir passen auf Kane und Kinaya auf. Soll ich nach dir aufmachen? Ja, ja, pass mal kurz auf, ich komm gleich. So, kurz Nessie, auch ganz entspannt mit dem Jungen. Also, wir sitzen jetzt genau vorne. Guck mal hier, wie geil das aussieht. Ich freue mich. Und danach, ey, ich weiß nicht, irgendwie will ich doch dieses Ding machen. Ich glaube, ich geh da rauf. Weil sonst, ja, sonst fühle ich mich heute nicht mehr gut, weißt du? Und dann denk ich mir so, ich bin ein Versager. Deswegen, ich glaube, ich muss da rauf, weil das ist nicht ein Versager. Ja, ehrlich. Das war geil, das war geil. Aber ich muss sagen, es regnet und es bockt gar nicht. Oh, oh, my day. Ey, bockt gar nicht. Eigentlich, Leute, ich sag euch, ich wollte das Handy mitnehmen. Aber ich hab gemerkt, ich hätte das Handy mitgenommen. Ich glaub, mein Handy war aus der Hand gefallen. Weil es regnet, die ganze Zeit regnet ins Auge rüber. Nein, man frag ich, ey, du hast zugeschrien. Ich frag ich, hab ich geschrien? Nein. Nicht einmal. Nicht einmal. Nicht einmal geschrien. Ui, Tina, guck mal. Ui. Mit deinem Pferd. Ich hab auch ein Pferd, Tina. Ich stehe auf. Ich stehe fast, wie ein Pappersamt. Ui. Ja. Ist du jetzt fertig? Nein. Jetzt sind wir fertig, mein Schatz. Kinder, jeder ist fertig, kann nichts machen. Müsst du nochmal bleiben, oder was? Tyrese. Was? Das geht ab. Schade, dass Kate nicht dabei ist, ne? Ja. Ui, guck mal dein Pferd. Ui. Oh. 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 Kinder, guck mal hier. Ui. Mach mal so. Hier. Ui, guck mal hier. Ui. 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 Weinen. Kay Fresh. Komm mit. Kannst du was aussuchen, ja? Komm. Wir gehen kurz was kaufen. Ich komm gleich. Okay, dann komm mit. Aber sei ruhig dann. Aber nicht weinen. Dann komm mit. Okay, komm. Kay, komm jetzt. Eigentlich wollte ich dir noch Autos, Gütter. Aber schaffst du nicht mehr, ne? Wo hast du Schmerzen? Deine Stirn. Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Kay, dann geht's auf jeden Fall nicht gut, Leute. Ich muss auf jeden Fall das hier beenden. Also hier erstmal. Wir müssen jetzt mal wieder nach Hamburg fahren. Kay, dann ist richtig schlecht gelaunt. Und er hat Schmerzen. Okay, alles gut. Ist hier kalt? Und er ist auch richtig heiß irgendwie. Alles gut. Wir fahren jetzt nach Hause, ja? Aber ich dachte, ich möchte jetzt was haben, was kaufen oder so. Möchtest du trotzdem gucken? Guck mal. Sogar Gänsehaut ein bisschen. Oh nein. Alles gut. Komm. Da ist Heavenly und Tyrese. Wo wart ihr denn? Wir waren auf Paris. War gut? Kay ist leider krank. Kay nicht mehr. Alles gut. Wir kommen nochmal hierhin nochmal mit Tyrese und Heavenly und so. Ja, es sieht jetzt nach Feierabend aus. Los. Alle gehen jetzt auf. Kommt, Tina. So. Sag mal tschüss. 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 Tina, die Bahn ist da. Ich muss gleich den Platz sichern. Und? Candy, hattest du Spaß? Ja. Candy ist immer noch... Oh, die ist schon so voll, ne? Oh, 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 oh. Egal, komm. Schnell, 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 schnell. Oh, oh. Guck mal, wie voll. Wir müssen die Bahn nehmen. Schnell, 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 schnell. Komm, yalla, Beinu, 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 Beinu. Tina, was ist für mich? Ja, da ist es. Aua. Das sieht immer echt schlimm aus. Hier müssen wir Pflaster was machen, ne? Jetzt fahren wir wieder zu Mama. Jetzt fahren wir zu Mama. 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 Da hast du das Auto noch nicht gesehen. Guck mal, da ist das Auto. Tina, hast du das Auto noch nicht gesehen? Komm, du schickst jetzt deinen Bruder, ne? Okay, komm, schick mal deinen Bruder. Tina, hier. Hier. Soll ich dir helfen? Nein, ich helfe jetzt die Familie. Ja. Die Familie hier. Na, wie geht's euch? Geht's euch gut? Ja. Und ihr seid nicht aus Hamburg, sondern woher kommt ihr? Minden. Minden. Oh, ihr seid zu Besuch, ne? Mhm. Und wie ist Hamburg für euch so? Oh, sehr gut. Ist sehr gut? Mhm. Also zieht ihr bald nach Hamburg? Ja. Ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Kinder, warte. Stopp. Jetzt seid ihr auch dabei. Jetzt seid ihr auch dabei. Im Video seid ihr jetzt. Daisy, wo bist du? Das ist Daisy. Sie steht da. Und, wie heißt du? Precious. 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 Wow, der Name ist ja richtig nice. Seid ihr auch aus Hamburg? Nein. Aus Hagen. Aus Hagen? Was machst du in Hamburg? So. Wieso? Und gefällt dir Hamburg gut? Komm, wir machen jetzt ein Bild. Jetzt ein Bild von uns. Auf entspannt hier, ne? Ich hab jetzt von euch... Tschüss. 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 Oh, Mama. Und? Bist du krank? Bist du krank? Zeig mal deinen Style. Ist nicht schlimm. Mama. Mama. Ja, Kane geht's gar nicht gut. Guck mal, ich wusste, dass der Wein drinnen hier ist. Komm, nimm mal bitte mit rein ins Auto. So, Leute, wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Kane geht's immer noch nicht gut. Jetzt muss er ins Krankenhaus. Er fährt auf jeden Fall ins Krankenhaus mit Daisy. Daisy bringt ihn ins Krankenhaus. Er meint jetzt, sein Bauch tut auf einmal weh. Also, er hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Aber er hatte Kopfschmerzen, akute Kopfschmerzen. Und jetzt hat er auch Bauchschmerzen. Und das wäre einfach am besten, wenn er jetzt ins Krankenhaus fährt und den da behandelt. Weil, Leute, das geht schon die ganze Zeit so. Er hat sich nicht einmal jetzt verbessert. Er hat zwar gepennt zwischendurch. Aber wenn er wach wurde, dann hat er direkt wieder losgeweint. Ich kenn Kane ehrlich nicht so. Und das muss auf jeden Fall untersucht werden. Deswegen, Leute, an der Stelle... Mein Löwe, du schaffst alles. Alles gut. Ja, alles gut. Er ist auch richtig warm, Leute. Ohne Spaß. Alles gut. Alles gut. Er ist richtig warm. Alles gut. Ich kann nicht mitkommen. Schade. Alles gut. Was ist das? Okay.